Jeder will ein Gangster sein, ihr habt keine Werte und für nichts mehr ein. Das ist die Herde, besinnt euch auf die Tradition. Setzt euch Ziele, denn möchte gern Gangster gibt's leider viel zu viele. Jeder will ein Gangster sein, ihr habt keine Werte und für nichts mehr ein. Das ist die Herde, besinnt euch auf die Tradition. Setzt euch Ziele, denn möchte gern Gangster gibt's leider viel zu viele. Die fantastischen Vier haben den Hip-Hop etabliert. Dann kam 3P und hat die Assings eingeführt. Irgendwann kam Ziele und der ganze Akro-Schein.